Mama macht und heute kommt Insekten essen, also Skorpione, Käfer, Heuschrecken, was dein Herz begehrt und das in sechs Stufen. Okay, ich mache. Liked schon mal das Video und kommentiert, ob ihr das auch essen würdet. Ich habe gerade voll Schiss, Mensch, und du zögerst das hier total hinauf. Ich trau mich, ich trau mich gar nicht. Okay, muss ich jetzt den ganzen Löffel davon essen? Es riecht total ekelhaft und es ist definitiv tot, sagt ihr, ne? Das sind übrigens Ameisen. Ich habe es mir gedacht, aber ich wollte eigentlich sagen, dass ihr mir nicht sagen soll, was es ist. Die sind nicht aus dem Garten oder so? Hier, noch ein Wasser. Danke. Ekelhaft, die sind gewürzt. Die sind säuerlich, aber ich konnte das jetzt noch ignorieren, dass das Tiere waren, weil das war wie so eine Erdmasse. Können wir das jetzt wegtun, bitte? Ich habe total Angst, was da drunter ist, echt. Ich kann das nicht essen. Was ist das? Das, Katja, sind Miniskarpione. Reicht das, wenn ich hier das eine Teil esse, was da liebt? Hab dich doch nicht so. Schon einen ganzen. Ne, den ganzen Körper. Was ist denn, wenn der Stachel da bei mir stecken bleibt? Ich beiß da nicht drauf. Ich beiß da definitiv nicht drauf. Ich trau mich, das ja noch nicht mal anzufassen. Das Vieh ist total salzig. Das war nicht so schlimm. Das war nur salzig. Zwei von sechs. Das ist immer der erste Moment, ne? Okay, das sind Blömer. Nehme ich jetzt mal an. Jetzt mal ernsthaft, alles, was ich jetzt hier esse, wird in Asien normal gegessen. Also ich weiß, dass ich nie nach Asien reise. Okay, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, das anzufassen oder runterzuschlucken. Darf ich keinen Löffel haben vielleicht? Äh, nee. Dafür hat das Budget leider nicht mehr gereicht. Die schmecken noch gar nichts. Außer das was an meinen Zähnen geht. Drei von sechs geschafft. Habe ich eigentlich einen Bonus? Muss ich alle machen? Sonst habe ich verloren. Was ist denn, wenn ich verliere? Dann dürfen die Zuschauer hier eine Bestrafung in die Kommentare schreiben. Also macht das schon mal. So, dann kommen wir jetzt zu den schweren drei Insekten. Du willst mich jetzt verarschen, dass das die leichten Sachen waren. Weißt du, wie viel Überwindung mich das schon gekostet hat? Ich habe mich gerade so gefreut, dass ich 50 Prozent der Sachen geschafft habe. Hättest du davon was gegessen? Nee, sehe ich etwa so aus? Irgendwas steckt mir im Hals fest. Da du so scheiße grinst, weiß ich, dass das jetzt echt schlimm ist. Äh, was ist das denn so ein Scheiß? Voll schrecken. Isst du oder nicht? Ja, ich habe doch gar keine Wahl, aber ich brauche gerade ein bisschen Zeit mit mir. Oh Gott, ich heule gleich. Nein, aber hier ist nur das da. Meinst du die Gehirnmatsche? Scheiße, Mensch, hör doch auf jetzt irgendwas Ekliges zu sagen wie Gehirnmatsche. Schmeckt nach nichts. Es ist einfach nur ekelhaft, diese Überwindung, wenn diese hässlichen Viecher da liegen. Du weißt, du musst sie anfassen und im Mund stocken. Und ihr, warum lacht ihr jetzt so doof? Was kommt denn jetzt noch? Was habe ich mir bloß an den Herrn? In der Zwischenzeit könnt ihr bitte dieses Video liken, weil das, was ich hier mache, ist extremste Überwindung für mich. Und seid stolz auf mich, lasst Liebe da. Der schlimmste Moment ist immer das Öffnen. Oh nee, nee, nee. Guckt euch das bitte mal an. Ess ich nicht. Never. Ich ess das Viech nicht. Ihr habt Insekt, es reicht immer, wenn ich ein Stück esse davon. Ich beiß das doch nicht rein und ess ein halbes Stück. Okay, hier ist ein Kompromiss. Du kriegst noch das letzte Insekt präsentiert und du musst zwischen dem Käfer und dem Finale entscheiden. Aber das ist, wenn das jetzt noch schlimmer ist, Leute, echt, dann... Äh, Leute! Ich denk, das eben war ein Skorpion. Was ist denn das dann? Ein großer. Ein großer. Ja, Leute, geht es noch. Wie sehr hasst ihr mich? Der hat Haare. Sieht aus wie Wimpern dahinten. Allein das durchzuteilen, ist so ekelhaft. Ich frag mich auch, wie machen die das? Fangen die da und packen die den Fett, dass die das so da liegen? Oh, ey, das ist total hart. Den kann man nicht zerteilen. Nicht. Das ist so ekelhaft. Ich schwitze wie so ein... Keine Ahnung was. Oh Gott. Hör doch, endlich will ich den Arsch essen. Ich ess nicht so einen ganzen Apparellum. Das. Okay? Okay. Widerlich. Das fand ich lecker. Weißt du, wie das aussieht, wenn man den aufmacht? Wie eine Mühe. Ich hab's geschafft, oder? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nein! Was ist das? Das sind doch nur die Heuschrecken von gerade eben. Nein! Seht doch nicht! Oh Gott! Sagt mir, dass es jetzt vorbei ist. Es ist vorbei. Bitte abonniert den Kanal für weitere solchen harten Videos. Danke. Tschüss. Tschüss! Vielen Dank.